Ich habe letztens einen Internet-Film gesehen von einer italienischen Sendung. Das war eine Sketch-Sendung. Dort hatte es einen Sketch, der in den Rahmen passen könnte. Die Situation ist folgendes. Ein Bergsteiger hängt an einer Felsklippe. Mit letzter Kraft hält er sich fest und ist absolut verzweifelt. Er ruft in seiner Verzweiflung. «Hallo! Gehört mich eben! Hilfe! Gehört mich eben!» Er ruft der längste Seite und zumal kommt der Stimme aus der Wolke raus und sagt «Jawohl, ich, ich gehöte dich!» Dann sagt der Bergsteiger. «Ja, wer ist denn ich?» Dann sagt er aus der Wolke raus. «Ich bist der Herrgott!» Dann sagt der Bergsteiger. «Ja, super, kannst du mir helfen!» Dann sagt der Herrgott. «Ja, sicher kann ich dir helfen!» «Ja, wie denn?» «Ja, also, jetzt lasst du einfach los und lasst die Kaie vom Fels und ich schicke den Engel, der dir sanft ins Tal beträgt.» Dann sagt der Bergsteiger. «Hallo! Gehört mich noch nicht, noch nicht bedanken!» «Ja, nein!» «Ja, nein!» «Wir sind es mich noch nicht!» «Ja, nicht bedenbar!» «Ja, aber ich brauche mich noch nicht!» «Ja, ich brauche dich!» «Ja, ich brauche dich!» «Durklauchten!» «Das ist, wenn du in菊 sie!» Vielen Dank.